Ladies and gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu bei TDFLP, euer Ding am Start. Wir spielen hier wieder schön Mass Effect. Wir haben jetzt ein bisschen wieder was erfahren über die Keeper und Reaper. Wir fahren durch diesen sonnigen Tunnel und warten auf Gegner und Zwiebeln alle weg. Wie immer. Wir sind always hot. Wir sind Matrix-hafte und Raketen ausgewichen. Wir zwiebeln den noch um und fahren entspannt weiter. Weil wir einfach immer todesentspannt sind. Was soll ich anderes dazu noch sagen? Entspannungsfaktor pur. Ah, der ist downgegangen. Okay, sehr nice. Sehr, sehr nice. Oder er ist doch nicht downgegangen? Doch, er ist downgegangen. Der ist nicht downgegangen. Mit dem Boden mit dir. Du Pisser, ey. Da hängt uns irgendein Wasserfall oder so, oder irgendein... Keine Ahnung. Da, die Röhre. Das ist unglaublich. Wir haben keine Zeit, die Aussicht zu bewundern. Wir müssen durch das Portal. Ja, Mann. Und die geht werden uns die Sache nicht leicht machen. Los geht's. Ich weiß, wir können fahren. Sie kommen... Wie viele vor allem. Unglaublich. Viel zu eurem Power. Die Stadionsarme bewegen sich nicht hier. Das System reagiert nicht. Wie kam die es? Die Zitadelle verlassen! Den Rad evakuieren! Zitadelle-Kontrolle! Zitadelle-Kontrolle! Hören Sie mich! Oh mein Gott, ich kann nicht mehr aus diesem Ding raus. Was ist das denn für eine Kacke? Oh mein Gott, I can see shit! Oh mein Gott, was passiert? Jetzt. Oh mein Gott, wir sind an der Wand entlang gefahren. Und keine Zeit mehr. Wir müssen da rein. Dann pisst euch. Oh mein Gott, ich hab voll viel Zeit verloren. Wir müssen da rein fahren. So seid ihr, ihr Pisser. Lacht nicht. Schneller! Nein, unser Auto, es darf nicht down gehen. Bin ich doch mal fahren. Boah, das war so knapp, guys. Boah, das war so tight. Das war so tight. Tiiiight! Tiiiight! B really? Bitte leiten Sie die Evakuierung. Tobi. Nein, unsere Autos sind tot! Der? Kritisches Verlag in aller Überwachungssysteme Bitte leiten Sie die Erwachsenen Bleib mal locker ey Ich muss hier erstmal chillig weiterlaufen Bleib mal locker lan Lass mal mich ran Einfach so ein One-Shot, ist klar Die Zitadelle schließt sich! Sie versiegeln die Station! Die freundlichen Schiffe dürfen nicht zwischen die Arme kommen Ja, ist klar! Als ob Die Zitadelle schließt sich! 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 Die Zitadelle schließt sich mit ihm A verletzt sich mit ihm Oh, und jetzt? Das Ding müssen wir jetzt töten? Scheiße Holy shit, wie sollen wir das machen? Geht ab, ihr Pisser Falsche Waffe Ihr werdet alle sterben, ihr seid alles laus Alles laus Leute, ich habe es gerade weggeflogen Es war nur ein neister sein von Wasser Well done guys, well done Ich stehe da auf dem Pisser Schon wieder Runa ist weg Cool 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 Well done, well done, well done Well done, well done Einfach soo Einfach soo Wir gehen einfach durch wie Buddha Alter, durch die Typen Einfach BAM BADAM BABAM Das war knapp Nice Nice Hallo Wir beruhigen uns wieder Wir sind Hass hier im Fuhrgeist Deswegen wird hier auch nicht viel gequatscht erstmal Mein Gott, das kann ich auch noch aktivieren Was? Zu niedrig? Was? 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 We have to Alle wegsnacken, Alter. Pure Konzentration hier. Keine Rücksicht auf Verluste. Einfach warm, verdammt, warm, warm. Schläge muss geben, Arsch muss klatschen. Warm. Einfach so weggesnackt, ihr Opfer. Und der Kühle in der Morgen. Fett nur einfach mal so weg, neulee. Hallo. Fließt noch. So dumm, wenn die Waffe überhitzt ist, dann kann man mit dem nicht schlagen, einfach düpste auf der ganzen Welt. Du mein Gott, pisse euch. Jetzt komm, wenn ich Sommer sterbe, dann brennt der Lorenz. Dann brennt der Lorenz, ey. Ich muss wieder diesen scheiß geschützt Tor machen, ey. Darauf hab ich keinen Bock, eigentlich. Ich weiß nicht. Piss dich, du schickscheiße. Diese Mistmagen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. 3000 damage. Spusto alter, diese ichelhaften Mist geworden, ich komm zu dir, ich gib ihr zwei Hits und Du bist tot Alter Fuck Aber ist das doch mal die ganze Sch... Könnt ihr aufhören mich abzuschießen? Das ist ja so fucking awesome Masks Kopfschmerz, Kopfschmerz Kann uns spasst Drecksidioten ey Boah So Genau diese Folge überziehen wir auch Bisschen, weil Dumm einfach Alle auseinander Alle Alle wegsnacken Wegrasieren Einfach Scheißegal Alles weg machen wir jetzt Das war eng Wuuuuh Herrlich Herrlich Der wollte mich umarmen, aber hat's nicht mehr geschafft, der Besser Okay, okay, ja, ja, lasse ich in Ruhe als Maul Schild hoch bitte Luftschild wegzwingen bitte Oh Gott oh nein, 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 will ich noch mal sterben Fick dich! Fick dich und deine Mutter, du Uhrensohn! Ich brech dir beide Beine! Ich hasse euch, Jungs, ich hasse euch einfach! Sie sind gerade maximal verwirrt von meinem Skill Ja, schieß gegen die Wand, Alter! Oh nein, 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 don't touch me! Wo ist der? Hat den gesnackt? Well done! Well done, guys! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Kurz was hochskillen, Sturmangriff, bam bam bam, fertig, okay cool, alles geschafft! Einmal durchhealen, einmal Schild hoch bitte! Aber die Schlossen hier wegklatschen! Aber die Schlossen hier wegklatschen! Mora, ey, ganz ehrlich, Mann! Alter! Ich hab mich da in Sicherheit gewogen! Ich bin da reingesprungen wie der letzte Boss einfach nur! Ach! 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 Okay! Fickt euch, fickt dich Spiel! Ich werde... Ich werde das so machen, dass ich bis zu dem Punkt dann... Also wir beenden jetzt die Folge Dann laufe ich bis zu dem Punkt vor, wo diese zwei Fettsäcke waren, die mich beim allerersten Mal gekillt haben und von da schalten wir wieder ein, nachdem ich die getötet habe Also... Ich hab jetzt absolut keinen Nerv nochmal diese Scheiße entlang...